David Will Und der Primus vom Neumühlerhof Brillant Zwischenzeit nehmen wir uns jetzt hier 13, 14 Sekunden Nochmal schnell rum Fantastisch gemacht jetzt hier Mit seinen Wendungen Ganz, ganz schnell hinein in dieses Doppelsteil Wenn sich das gut ausgeht, so wie es ist Dann wird das in jedem Fall ein Spitzenergebnis Alles gegeben, nicht zu viel riskiert Und eine Topzeit erzielt 30 Sekunden 30,7 0 Sekunden David Will Auch er bei seinem Heimspiel Hier vor heimischem Publikum Legt er als zweiter Starter Gleich schon nochmal eine Bestmarke hin Das darf man sagen Jetzt Schönen von Mollenhoff Der Städte-Scholzer Herzlich Willkommen Aus der Schweiz